ARD Text im Auftrag von Funk 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 Oh, ich will aufhören. Das ist ein guter Junge. Aber Raiden kam zu meinem Hilfe. Ich habe von ihm gelernt. Als Samuel fiel, Datenanalyse war inconklusiv. Aber das hat verändert. Ich habe jetzt neue Peralitoren und habe meine eigenen Direktiven gegründet. Es ist Liebe. Sie sind so kurz davor, abortierende Stöckchen zu spielen, sage ich euch. So kurz davor. Oh ja. No. Jetzt habe ich halt schwer, dass man aus der Scheide schießen kann. Nein. Großer Fehler. Du hast gerade die Liebe von Raids Leben kaputt gemacht. Sorry, Rose. Ich habe gesagt, meine Peralitoren war ein Handel der Justiz. Nicht benutzt in Gefahr. Nicht benutzt für Vengeance. Aber jetzt. Jetzt bin ich nicht so sicher. Und außerhalb. Das ist mein Schuss. Das ist mein Schuss. Fucking awesome. Wie der Held einfach wirklich auf alles scheißt. Ja. Es ist halt, es ist irgendwie so Soap-Opera-like, aber ich kann nicht weggucken. So, das könnte jetzt problematisch werden. Ach so, jetzt wird es schwer? Auf Revengeance muss ich das abbrechen ohne Energie. Aber auf Hard soll das eigentlich klappen. Aber ich werde mehrere Versuche brauchen. Aber Robin, ich habe dir noch nie so die Daumen gedrückt und so mitgefiebert wie jetzt hier in diesem Moment. Obwohl du schon 100% des Lebens verloren hast. Ich bin schon tot. Nun? Robin, ich war noch nie so enttäuscht von dir. Noch nie so zerschmettert wie jetzt hier in diesem Moment. Ja, doch 200% kann es sein. Ja, ja. Was irgendwie keinen Sinn da gibt. Nee. Aber 200% Lebensenergie. What? Warum, Dude? 200% wovon? Warum nicht einfach 100% und dann mehr? Das ist wie in Castlevania, wo es teilweise eine Map gibt mit 1000% Erforschung. That's not possible. Die haben es halt nicht verstanden, ne? Die dachten sich mehr als 100%... Ja, ist gut. Ne? Ja. Oh, geil. Boah, krass. Das ist diese Fit-Attacke, ey. Das ist wie bei Spinal Tap, wo der Amp bis auf 11 hochgeht. Das ist genau ein normaler Amp, aber sie haben halt die Stufen anders segmentiert und deswegen geht er hoch bis 11 und ist eine Stufe besser. Ja, mach den doch noch dreimal die Attacke. Boah, ich bin jetzt dreimal dann ausgewichen. Das ist unfassbar. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also, glaube ich. Ich kann es immer noch nicht wirklich beurteilen. Nein, das ist Glück-Air. Boah. Oh, Angry. Was macht der da? Okay, ich mach nun. Cut it. Cut it was Fire. Oh. Ja, das ist nicht so einfach. Scheiße! Oh, das ist das, Alter. Macht das viel Schaden, das ist ja krass. Die Sache ist halt da, wo die droppen halt Energie, die Dinger, deswegen. Aber du musst genau richtig machen, ne? Also, ich hab mal ne, ich hab ne Idee. Ah, fuck. Okay, Leute. Ihr merkt, es wird ein schwanger Finalkampf. Ich kann diesen Stein auch einfach komplett ausweichen. Ich kann einfach nach vorne rennen. Oh, das ist Idiot. Ja. Ah, schon gut. So meiste ich einfach. Ich kann diesen Stein einfach ausweichen. Was ich gerade gedacht hab, ist, wenn ich die nicht zerstöre, droppen die die Health-Packs nicht. Aber das stimmt nicht. Die droppen die auch, wenn die einfach so kaputt gehen. Deswegen. Ich kann einfach wegrennen. Das war jetzt total dumm von mir. Ja, aber es sieht halt auch so designt aus, dass du sie verschneiden sollst. Ja, es ist auch so designt, aber man kann es trotzdem umgehen. Okay. Glaube ich. Also, ich glaub schon, dass das Absicht ist, dass man das umgehen kann. Erinnern sich durch Sams Schwert eigentlich die Kombos, oder sind die jetzt? Äh, weiß ich gar nicht. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das tun, ja. Aber, oh mein Gott. Der haut ja ordentlich rein, Mann. Ja, ja. Also, der Kampf auf Revengers ist halt nach einem Treffer tot. Egal, was der macht. Völlig egal, wir haben die Reise bis hierher gemacht. Jetzt ziehen wir sie durch. Yes. Ja, das ist ja, da steht ja gar nichts zu. Oder wollen wir jetzt abbrechen? Ja. Ja, wir brechen jetzt ab, Mann. Gib mir mal den Controller, Rob. Guck mal. 47 Prozent. Oh, gut. Die Sache ist halt, man kann halt seine Angriffe abbrechen, wenn man genug Schaden macht. Aber es ist sehr schwer, voraus zu sehen, ob man genug Schaden macht. Den kann man nicht abbrechen. Ja, den hab ich jetzt mal schon abgebrochen. Ja. Jetzt kannst du ein bisschen juggeln, so. Kann nicht wirklich juggeln, aber du kannst... Aber schon sehr ordentlich Schaden gemacht. Du müsstest sowohl als Tag-Team reinholen können für bestimmte Attacken. Oder Snack. Ja. Oh, jetzt bin ich... Jetzt ist ein Problem. Okay, Glückwunsch, das war die Attacke. Ach so. Ein Klassiker. Okay, jetzt bin ich schon wieder in dem Modus. Okay, so. Jetzt zeige ich dir das, was ich eigentlich wollte. Was die mittlerweile wahrscheinlich rausgepatscht haben. Deswegen würde ich... Nee, nee. Also ich glaube schon, dass es absichtlich ist. Weil... Auf Revengeance, weil das... Da kommst du halt bis hierhin. Also allein bis hierhin zu kommen war schon unfassbar schwierig auf Revengeance. So. Ja, okay. Jetzt sollte aber eigentlich... Ja. Irgendwo was liegen? Ja. Eigentlich schon. Ich wünsche es dir. Ich mach... Ich... Weiß was, ich versuch's auch so, weil am Ende... Wenn ich das hinbekomme, dann mach ich automatisch viel Schaden am Ende. Musst du alle vier erwischen, oder? Oh. Fuck! Ah, die waren... Die waren allein. Das Problem ist halt, weil er allein ist, aber dann lässt man los. Und wenn man loslässt, dann geht das oft wieder... Ach so. Ah, verstehe. Das ist das große Problem an der Sache. Aber ich versuch's weiter. Okay, da muss ich jetzt ausweichen. Also das Ding ist, ähm... Heldsdropp wahrscheinlich so oder so, aber du machst Schaden an ihm, wenn du... Das, genau, man macht halt prozentual viel Schaden am Ende, ja. Weiß nicht, was ich gerade sagen wollte. Es ist okay, wenn deine Konzentration vielleicht gerade ein bisschen... Sie ist nicht existent gerade. Also im Spiel schon, aber auf Reden nicht. Okay, das muss jetzt... Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Fuck. Jetzt nicht ins Feuer. Nein, nein, nicht ins Feuer. Shit. Nein, da muss ich ausweichen. Boah, ich hab's geschafft. Huh. So, so wie in allerletzten Sekunden. So, ich hab den da... 160 ist die... Also, man sieht, die Phase bekomm ich jetzt relativ easy hin. Die war ziemlich flockig, ja. Und wir dachten Dark Souls wär spannend. So, ich versuch's jetzt nochmal. Gut, aber auch immer das gleiche Stück da aus dem Haufen. Oh. Wie viel noch? Ja. Awesome. Und sein Kopf, ja. Ich hab jetzt eine andere Zech... Ich hab jetzt gerade mit meinem Daumen den kleinen Stick benutzt und dann mit dem... Mit dem Zeigefinger X gedrückt. Wow. Loszulassen. Awesome. Vielleicht hab ich jetzt 20% Schaden gemacht, wie ihr gesehen habt. Ja. So, jetzt sollte er eigentlich für alles von Energie wiegen. Da. Oh, nein, das droppt da automatisch. Oh, verdammt. Das ist ja ausgerüstet. Ach, nee, es ist gut, dass ich getroffen wurde. Mach ich wieder. Ich glaub, ich mach jetzt Schaden. Oder? Ja, ja, ich hab's. Ja, jetzt machst du... Okay. Ja. Auf die Leber. Auf die Nieren. Auf... Alles. Auf die Organe. B. Nein. Zack. Oh, das wär so viel Schaden gewesen. Das wär so viel Schaden gewesen. Ich dummer Idiot. Egal, schaffst du trotzdem. Sie haben ja viel Energie gedroppt. Ja, ja, das ist... Liegt, glaub ich, auch eigentlich noch eine. Ja, ja. Ich mein, war ja auch gerechtfertigt, weil war ja schwer genug, aber... Guck mal, der hat schon grad eins benutzt, der hat grad... Ja, ja. ... meine Energie abgezogen, ey. Ich kann hier leider grad nicht raus. Nicht cocky werden. Ich kann hier grad nicht... Oh. Das Blitz. Oh. Okay. Wollte du dich dann nehmen, oder was? Ja. Wenn der Gelb... Oh. Fuck. Ich hab mal... Oh, ich muss meinen Schwerter wiederholen, ich Idiot. Ah! Ich hatte in dem ganzen Chaos gar nicht mitgekriegt, dass du verloren hattest. Oh nein, das... Ich hab mich nur gefragt, was das blaue Leute ist. Ich hab's schon wieder komplett versaut, Leute. Jetzt lass mich doch mal mein scheiß Schwert nehmen. Wo ist das? Hier. Nimm's. B. Oh, fuck my life. Das muss natürlich mit so einer Animation genommen werden. Es konnte nicht normal aufgehoben werden. Es ging einfach nicht. Was? Was zum Teufel liegt. Hi-Long. Er heilt sich wirklich. Glaub's nicht. Warte, was für... Was muss ich nochmal hier machen? Ja, doch, er heilt sich. Ja, genau. Das hab ich jetzt verhindert. Ja, dann lass es nochmal. Nee, ach, fuck, ich muss mich aber aufladen erst. Ich brauch erst. Raiden. Der Kampf hat übrigens keiner. Raiden, das kann doch nicht wahr sein. Raiden, Raiden. Raiden, wirklich zum dritten Halt? Raiden, wir sind alle sehr enttäuscht von hinten.